Also ich bin hier jetzt auf dem Frauenseminar von Eila und habe dieses Wachenende wunderbare Dinge getan und erfahren. Und ich kann einfach nur jeder Frau empfehlen, das mal mitgemacht zu haben. Denn es gibt ja einfach viele Dinge zum Erinnern, die wirklich wichtig sind für Frauen. Also es ist ja nicht so, dass wir das Wissen nicht irgendwo haben, was wir wissen, aber wir haben es halt vergessen. Es wird also Zeit, dass sich möglichst viele Frauen wieder ihrer Stärke und ihrer Kraft bewusst werden, die sie eigentlich haben und einfach wieder aufwachen zu dem, was sie wirklich sind. Und das sind wirklich Geschöpfe, die wertvoll sind auf diesem Planeten und die andere Hälfte der Menschheit ausmachen.